Aufmerksame TV-Zuschauer entdeckten am Samstag in der Westminster Abbey einen auffälligen Krönungsgast. Ein Twitter-User stellte daraufhin die Behauptung auf, dass es sich dabei um die verkleidete Herzogin Meghan handelte. Meghan, du täuscht uns nicht, schrieb dieser zu seinem Screenshot von der Krönungszeremonie, der eine verdächtig aussehende Person zeigt. Auf den ersten Blick sieht man hier einen Mann mit vielen Haaren, einer großen Brille und einem Schnauzer. Oder ist es doch Meghan? Das Netz amüsiert sich sehr über den Herrn, der verdächtig an typische Verkleidungen aus TV-Sendungen wie Verstehen Sie Spaß erinnert. Doch wer steckt nun wirklich unter der grauen Haarpracht? Tatsächlich handelt es sich bei dem Mann, der neben dem legendären Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber in der Westminster Abbey Platz nahm, um Sir Carl Jenkins. Jenkins ist ein walisischer Keyboarder und Komponist, der 2010 zum Commander des Order of the British Empire ernannt wurde. König Charles III. ist offenbar ein Fan seiner Musik und hat bei seinem Krönungsgottesdienst ein Stück von ihm spielen lassen. Damit ist klar, das Gerücht um eine Verkleidung ist nicht wahr. Herzogin Meghan war nicht heimlich bei der Krönung dabei. Eigentlich schade, denn dieser Auftritt wäre sicherlich als einer der skurrilsten in die Geschichte des britischen Königshauses eingegangen. After 4 … … … … Bis zum nächsten Mal.